So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Plants vs Zombies mit mir, dem Anno LP und ich bin mal wieder auf dem Zweiler RTS, wie in der letzten Aufnahme auch schon. Und diesmal mit dabei sind auf jeden Fall Death Hunter und Illuminates. Hiyo! Death Hunter sagt dir nichts. Hunter, du Lappen! Und Peter Cech ist dabei, aber ob der was sagt, weiß ich nicht. Seems to be AFK at the moment. Ah, da ist er. Das ist nicht Hunter, Anno. Ja, Peter Cech habe ich doch gesagt. Ja, aber Hunter ist AFK, nicht Peter Cech. Peter Cech seemed auch AFK at the last moment. Naja, ist ja auch YOLO. Äh, wir sind immer noch auf dem Dach, wir kämpfen immer noch gegen Gargantulas und alle möglichen anderen Zombie-Krams, Viecher, Nerven uns doll, hart und stark. Hm, so. Jetzt habe ich mal wieder meine Standardauf... Dingens, kann ich echt nur den Tralapeno mitnehmen? Das gefällt mir nicht. Ich will mehr mitnehmen. Mir fehlt ein Slot. Ganz eindeutig. No! Don't wanna die. Nein! Mir fehlt ganz eindeutig ein Slot. Und mir fehlt gerade Leben. Ash hat mich getötet. Böse ist Ash. Nee, dann muss ich das so riskieren. Muss ich das so spielen. Muss ich das so spielen. Muss ich das so spielen. Gut. Gut. Auch wenn mir das pauschal eigentlich nicht gefällt, das so zu spielen. Oh. Ja, ich kämpfe jetzt gegen Gargantulas und hab halt nur... Ähm... Hab nur ein Ding, was so Instant Damage macht. Das heißt... Verkackt. Nee, das heißt nicht verkackt, das heißt nur, ich muss Damage auf den Gargantula rausdrücken. Ja. Über Pflanzen. Ja. Und er verträgt halt einiges. Du, Ando, ich hab das Spiel schon durch. Dreimal. Nee, zweimal. Zweieinhalb. Äh, 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 auf den iPod. Ich weiß, was das Ding aushält. Für mein Verständnis zu viel. Ja, das schon. Pauschal gesagt. Ich hab das Spiel noch... Also, ein Kumpel von mir hat das, glaub ich, zwölfmal durch oder so. Der weiß auch genau, in welche... Welche Länge er zum Beispiel mit den, äh... Kürbissen zubauen muss. Damit der kleine Imp da kein Damage draufdrückt auf die Pflanzen dann. Und so, das weiß der alles. Und der weiß auch, äh, selbst das weiß ich nicht mal, sozusagen, bei... bis zu welcher Line maximal, die Pflanzen aus dem Pool auftauchen und... Das alles. Und ich hab grad ne Sonnenblume zu viel gesetzt. LOL. Ähm. Anno hat's mal wieder verkackt. Anno, äh, spielt grad... richtig gut. Nicht. Das wär ja was ganz Neues. Ich hab wirklich typisch, ich, äh, meine komplette Building... Situation total verhauen. Schirmblätter vergessen und den ganzen Kram. Also, kurz und knapp, das Übliche. Ja. Das Übliche, da hast du recht. Ilu, ich weiß nicht, wieso... Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass, äh, äh, das, was ich Anno geschenkt hab, dass das sehr, sehr interessant werden kann. Hallo. Ja, das wird mehr als interessant. Hallo, Maxi. Hallo, Maxi. Hallo. Das wird definitiv mehr als interessant. Mit Jannis, TS. Kann's ja auch kommen. So, erstes... Noch mehr Trash-Talk. So, die, das, die, das erste, das erste Melona-Pult ist gepflanzt. Ahno, das braucht doch kein Mensch. Man, man macht die Level einfach nur mit, äh, wie heißen die Dinger? Mit den Maisviechern und mit den ganz normalen anderen komischen Kohlkopfviechern. Unter normalen Umständen würde ich das auch machen, aber das Melona-Pult ist halt einfach die OP-ste Waffe, die du hast. Ja, das benutze ich immer, wenn ich, äh, das benutze, äh, es ist generell so, dass ich, wenn ich das Spiel einmal durch gemacht habe, benutze ich eh nur noch Katapulte. Auf allen Leveln. Ja. Plants vs. Zombies. Plants vs. Zombies. Kannst du, kann man pauschal auch so machen? Also, ich meine, mein Kumpel... Das ist voll effektiv. Hatte halt auf Besinnungstagen, dass mir, äh, hatte er Plants vs. Zombies mit und seinen Laptop. Und da haben wir das, hatte das genau so gemacht. Ja, noch was? Ja. Lass mal, du? Hm, weiß nicht. So, die erste Wrave ist... Ja, KI gehen. Jetzt kommt gleich die erste Welle. Ja, kein Bock auf PvP. Ähm. User, join your channel. Mir gefällt nicht, wie hart gerade der... Ah, okay, doch, ist nicht durchgeraged. Ist gut. Hi. Hi. Nee, noch so'n Lappen. Hallo, Deadhead. Noch so'n LOL-Spieler. Deadhead spielt LOL. Nein. Ach nee, stimmt, das war wer anders. Ich will kill you. Ja, ich und Namen. Vergiss es. Was ist denn mit der Uhr der passiert? Das ist aufgelöst, hab ich gehört. Ähm, Uhr der ist aufgelöst? Nee, keine Ahnung. Die Gruppen existieren nicht mehr. Ja. Oh, ein, äh, eine Spieluhr. Ein Klavier, ein Klavier. Los, gib mich Sonnenenergie. Ich möchte da ganz oben bitte nen Meloner Pult. Ein Klavier. Ein Klavier, ein Klavier, ja. Ein Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Oh, wie, wie, wie fett der Zombie gefressen hat. Das ist echt übel. Nöp, öp, öp. Hi, you. Maxi. Hm? Du, dein Champion, dein, dein Jumping-Jungen nehmen. Dein Champion, dein Jumping-Jungen. Der Salgo wird auch nicht einloggen. Wie, ist das? Hi, 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 Hi. Hm. Ja, dann spiel ich mal Anivia. Anivia. Nö. 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 Sechs Vogel, aber viel Spaß mit, oh, mit zwei Leuten auf deiner Lane. Ich hab oben tatsächlich grad ein bisschen wenig Damage-Output grad eigentlich, aber egal. Anno, egal wie viel Damage-Output du hast, ist es immer zu wenig. Also hör auf dich zu beschweren. Ne, in diesem Fall war es echt eigentlich, es sind nur zwei Pflanzen, aber es sind teilweise halt da zwei Schirmblätter in der Lane rumstehen, deshalb ist es in der Lane echt ein bisschen wenig Damage, der rausgeht. Seit wann bekommen die Bots Skins auf eine Stufe weiter? Ja, Maxi, wir spielen jetzt auch nicht mehr auf einfach, sondern auf mittleren Bots. Also, mein Building-Placement hier ist grad, ähm, jenseits von Gut und Böse. Also, am Arsch. Also, so wie immer. Eigentlich. Um kotzen. So wie immer, keine Lahn-Wirbel. Unser Varus lädt ja schnell. Janus. Hm. Der kann Lahn-Verbündung. Oh ja. Ihr spielt jetzt tatsächlich LOL, während ich hier Plans for Zombies aufnehme. Ja. Oh, wollt ihr nicht vielleicht in einen anderen Channel gehen? Nee. Äh, ich meine, okay, kann man, man kann's so oder so machen. So oder so ist, ist es eh eskalativ, also, ich mach die ganze Sache nur noch... ...undurchsichtiger. Ja. Ich nehm grad Plans for Zombies auf, für YouTube. Und danach, nach Plans for Zombies, obwohl, darf ich das eigentlich schon verraten? Ach, egal! Nee, nee, ich nehm das noch nicht auf. Das mach ich erst, wenn ich mit Plans for Zombies durch bin, pauschal. Genau, aber dann kommt Toy Soldiers, das wird witzig. Ja, ha, 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 ha. Für 2,90 Euro, ja. 2 Soldiers, OP. Wie die Kosten, ne? Keine Ahnung. Aber das Spiel ist einfach nur so geil. Ja, das wollt ich mir auch noch irgendwer noch holen. Geht leider nicht im Multiplayer. Die Scheiße. Ich hab noch. Nee, geht leider nicht im Multiplayer. Das ist... ...dov. Äh, nein! Okay. Nein! Der Gargantur hat grad wieder gigantisch reingegrätscht in meine eine Lane. Es war zum Glück nur einer. Ich denke, je öfter du Nein sagst, davon wird es nicht besser werden. Ach, lass ihn nicht. Wie war das, Anno, auch wenn du bitte sagst, äh, macht er es nicht. Ja, ja. Ist so. Wann hatte das noch gleich gegessen? Und jetzt hab ich natürlich keine Jalapeño-Range. Das war extratik. Gestern zu mir. Kein Mensch braucht Jalapeños. Maxi, ich hab grad beschlossen, dass unser Jungler keine Hilfe kriegt. Naja, okay, damit... Das war jetzt die Hälfte. Das... Und der Gargantur... ...wird getötet. Von meiner Falabeno. Dafür rage grad unten noch nen Zombie rum. So ein Pylonhead ist da noch reingefressen. Naja. Ich hab's geschafft. Mit vier Melonen-Support. Und jetzt kommt das, was ich so gar nicht mag. So ganz und gar nicht. Der Boss? Es gibt nur eins, das ich noch weniger mag. Das ist, äh, Schlittenfahrt. Ja, genau. Jetzt kommt der Boss. Der Boss-Boss. Gleich... Der Endboss? Ja. Dann ist das Spiel ja gleich vorbei. Ja. Ja, sonst... Sonst hätte ich doch auch die Melonen nicht. Die kriegst du ja in 5.9. Kannst du die erst ein... In 5.8 kriegst du die. In 5.9 kannst du die einsetzen. Ja, ich weiß, dass er hier ist. Ich bin... Das... Nicht heftiger Kampf ist, weiß ich. Weil das witzig aussieht. Du weißt, was ist denn seine Schwäche? Das weiß ich nicht. Ach ja, seine Milz. Das ist... Das ist tatsächlich ein anderer Typ. Danke. Einmal zu ihm gekauft. Nein, treten macht auch keinen Sinn. Gekauft. Na warte, wer ist da? Das funktioniert nicht. Who came? Who came? Who came? Who came? Ach, Kio, der Lappen ist da. Ach, dammit. Genau in dem Moment, wo er es weiß, kommt wer anders. Wisst ihr was? Ihr seid zu dritt. Ich gehe auf meine Lane. Viel Spaß, das heißt hier ihr. Ich bin schon lange top. Oh man, ich spiele hier schon. WTF, Vega gegen Vega. What? So, so kurze Erklärung. Hier haben wir den Dr. Zombos. Und... Der Lappen droppt jetzt hier Zombies aus den Links. Ja, ich habe keinen Bock auf PvP Games. Und Anno nimmt PVZ auf. Und den Eispilz und die Jalapeno müssen wir stacken lassen für lustiger Kram, der später kommt. Oh ja. Du brauchst eigentlich jedes Mal, wenn der lustige Kram kommt, ein Pilz und eine Jalapeno. Ich weiß. Jalapeno unten ist die. Hä, ich brauche einen Pilz? Mindestens, ja, damit der unten bleibt länger. Und du mehr Schaden drücken kannst. Yo, Leute. Oh, Heil Cooper. Die Infanterie hat in North and South um 22 Uhr ein Match gegen irgendeine andere Einheit und die haben ein paar wenig Leute. Helfen da ein paar von euch aus. Ich habe keinen North and South. Ich habe auch keinen North and South. Oh, dann habt ihr genug Zeit zum Downloaden. Was, wenn wir nicht wollen. Jaha, es lag das noch einmal. Okay, der war jetzt ungeschickt. Der Pilz war zu früh, die Jalapeno war zu früh gezündet. Anno? Ja? Ist das nicht irgendwie Standard bei dir? Im Endeffekt eigentlich ja. Ich meine, das, was er, was jetzt geht ja auch noch, die, äh, was er hier so baut. Ich habe gerade wieder Mist gemacht. Ey, fällt mir auf. Es ist doch... Na, like all of us. Oh. Äh, schönes Alkohol. Ein Diamant. Nice job. BTF. Der setzt auf einmal Ignite ein. Da bin ich nicht drauf vorbereitet gewesen. Klar, Illu. Bei mir möchte man aber auch keine Militze leihen unter meinem Kommando. Warum? Die Militze muss bei mir bei Belagerungen, wenn ich verteidige, immer vor die Tore und die Feinde aufhalten, während meine Bogenschützen reinschießen. Was für ein Spiel zölkst du? Ähm, für MediWild 2 Kingdoms, die Warte in Conquer. Ähm, meine Gondormelie steht gerade bei, äh, Minas Morgul auf der Brücke. Ah, sehr gut, Bungees. Bungees ziehen mir Töpfe. Nein, ich spiele schon die ganze Zeit. Dagegen, dass mir Bungees Töpfe ziehen, habe ich so rein gar nichts. Also, oder beziehungsweise halt nichts, das hilft. Och, nö. Ich spiele schon die ganze Zeit als Gondor. Du scheiß, ein, du scheiß Eismaschine. Oh. Los, mach den kaputt. Sonst macht der euch kaputt hier. Oh, das war knapp. Ja, wir haben's verstanden. Ist's jetzt gut oder hat's gespandt? Ja, ich guck mal kurz nach. Was? Viel Damage auf so'n... Fängt er jetzt an? Nein, er schmeißt... Oh, große, große Schmerzen, große Schmerzen. Diesmal hat er drei Pflanzen gekriegt. Und darf ich vorstellen, ein Gargantua. Und ne Eismaschine. Ja, Fuku-Fuku war das. Mhm. Und ich hab den Zomboss jetzt immerhin schon mal auf der Hälfte leben. Zomboss. Und natürlich, äh, clearrt der mir jetzt ne komplette Line, der Feuerball. Weil ich keinen Eispilz habe. Oh, doch, hab ich. Boah. Ein Ding vor Ende. Naja, komm, mach meine... Yay. Komplett Defense Down, so wie's dir Spaß macht. Meine Fresse, wir spielen hier auf Mittel und die jungen immer noch nicht. Meine Fresse, mir geht grad ein bisschen wieder die Verteidigung aus, aber das ist ja ziemlich Standard bei Fans vs. Zombies. Nö, hab nur 2-0-1. Oh, oh. Komm, ne Fresse mich. Ja, Andi, wir haben auf Mittel, top. Okay, jetzt. Ich glaub, es ist... Ich glaub, es... Könnte grade passieren, dass ich hier verrecke. Den... Das ist das erste Mal, oder? Ja, das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich den Zomboss verliere. Ich geh jetzt doch wieder nach... Mit Doni! Weil ich mein, äh, Dingsbums... Dein Dingsbums, Alter. Mein Dingsbums war's, ich hab mich gestanden. Äh, Dingsbums. Weil ich im Moment echt auf keinen Damage-Output komme. Oh, Jan, dass wir ein Hesse haben können. Nö, er hat mich gestunnt. Da konnt ich nix machen. Vega gegen Vega ist halt irgendwie lame. Stun sich... Stun... Du musst nur locker gewinnen, die Idee bis Level 6. Ja. Ja, ich bin grad Level 6 geworden. Als er mich gestunnt hat. Er hatte war schon länger. Nein, er war schon länger. Er war schon länger Level 6, weil ich nicht wusste, dass die auf einmal Ignite einsetzen. Und jetzt krieg ich natürlich Pils über Pilz über Pilz. Über Pilz. Er kommt schon wieder. Jetzt will er schon wieder Igniten. Wetten wir? Nur ein bisschen. Boom! Ne, er will schon wieder stunnen. Ich bin Endless, äh, Pilz eingesetzt, Kriege. Okay. Was geht mit den Orks? Warum ertränken die sich? Die wollen nicht mehr leben, ganz deutlich. Sieht uns. Ah, das soll mich nicht stören. Soll ich mal mitfamieren? Hm, ja, vielleicht. Der Vega geht mir auf den Sack. Er stunt die ganze Zeit. Okay, ich glaub, ich schaff den Endboss doch. Weil er ist bei mir fast komplett down. Jetzt und das ist ja nicht so schlecht dann, wenn er fast komplett gedaunt ist und wenn er halt das nächste Mal dann auftaucht. Okay. So, wie jetzt. Jetzt kriegt er Jalapenos in die Fresse und das war's. Dann hilf wenigstens noch den Tower zu pushen. Oder wir helfen kurz unserem Jungler. Da ist ein Hälften, Stil. Ja, Stil. Die silberne Trophäe, bam. Das finde ich gut. Oh, da kommt noch was. Da kommt ein Jalwin. Oh ja, die Musikvideo. Die, das Zombie Musikvideo. Das ist cool. Ich kann's jedem nur empfehlen. Jetzt andächtiges Schweigen. Was sagst du? Schweigen für das Video. Okay. Okay, das könnt ihr, das können wir knicken. Na, nein. Was ist das? Hauptmenü. Abenteuer abgeschlossen. Gut. Warum könntest du das Video knicken? Ich mach mal kurz einen Cut, weil das, äh, ich hab die Musik so weit runter gedreht, damit meine Stimme vernünftig zu hören ist, dass ich jetzt da das, ähm, dass man das in dem Musikvideo nicht gehört hat. Gut, ich hab das jetzt kurz komplett hochgedreht und zeig das gleich. Ich mach jetzt einen Cut, mute kurz Teamspeak und dann nochmal einen Cut, nachdem ich fertig bin. Bis gleich. So, und jetzt das epische Video. Okay. Fällt doch grad auf, was hier, hier fehlt insgesamt. Die Musik. Muss ich mal gucken. Naja, dann würde ich sagen, äh, egal. Ich reich das Video nach, auf jeden Fall. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Yo, hallo und herzlich willkommen. Äh, wir haben hier jetzt einmal diese ganze Charge in Sachen, äh, Story und so abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, wollt ihr es noch weiter haben? Also wollt ihr, dass ich die Story noch ein zweites Mal durchspiele, um dann die goldene Trophäe zu bekommen? Und, ähm, hier, wie heißt es? Und, äh, dass ich die ganzen Mini-Spiele und Rätsel und so und so mache? Oder reicht es euch, äh, jetzt so wie es ist? Einmal die Story durch und jetzt so, Anno, äh, wechselt das Spiel und mach was Besseres, mach was anderes. Mach mal, bring mal Abwechslung. Das ist jetzt eure Entscheidung. Ja, verkaufen. Kann ich euch nichts zu sagen. Müsst ihr entscheiden. Und wär cool, wenn ihr mir das im nächsten Ding dann sagen könntet. Also, nicht im, im Kommentar dann. Dafür schon mal danke und bis zum nächsten Mal.